Am Fuße der Burg Schönburg tauchen Sie ein in die Atmosphäre des sonnigen Südens. Hier unter Palmen und südlichen Pflanzen findet jeder das, was er sucht. Mit Pflanzen von Mediterrain transportieren Sie das südliche Ambiente in Ihre Umgebung. Das ist Horst Stiel. Er ist Gärtnermeister und leitet den Betrieb Mediterrain. Seine Erfahrung in der Pflege mediterraner Gewächse und sein Gespür für Sie zeigen sich deutlich im Resultat. Gesunde Pflanzen. Einer der Schwerpunkte von Mediterrain ist Großhandel mit mediterranen Pflanzen des Baumschulbereichs. Der Vorteil des Kunden? Er kann sich vor Ort sein Schätzchen selbst aussuchen. Des Weiteren stehen Pflanzen für Kurz- und Langzeitvermietung sowie eine professionelle Überwinterung von Kübelpflanzen zur Verfügung. Am besten kommen Sie vorbei und lassen sich vor Ort beraten. Mediterrain – Ihr Partner für mediterranes Ambiente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017